Herr Avidan, das biblische Gebot, du sollst nicht töten, ist seit jeher eine wesentliche Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Gilt das auch noch für die jüdische Welt? Überwiegend ja. Fast ausschließlich alle Rabbiner verurteilen dieses Buch, worüber wir heute sprechen, Torat HaMelech, des Königs Thora, das sich unter anderem mit der Tötung von Nichtjuden durch Juden auseinandersetzt. Das sind ganz wenige radikale, extreme Rabbiner und die sprechen gar nicht für die Rabbiner insgesamt und sicherlich nicht für die israelischen Rabbiner. Die Erlaubnis, Nichtjuden zu töten. Wie kann jemand bloß auf solch eine Idee kommen? Es ist jetzt wichtig zu wissen, wer sie sind, die beiden Autoren. Rabbiner Yitzhak Shapira und Rabbiner Yosef Elitzur sind die Rabbiner der Religionsschule in der radikalen Siedlung Yitzhar, deren Schüler sich seit Jahren immer wieder involviert sind in Angriffen in Gewalt gegen Palästinenser. Und man kann nicht sagen, das ist eine akademische Auseinandersetzung, das ist eine theologische Debatte, sondern man muss auch den Kontext sehen, wer sind die Autoren, wer sind auch die drei Rabbiner, die dieses Buch empfohlen haben. Und dann kann man urteilen und sagen, inwieweit ist es nur eine akademische Diskussion oder ist es eine Anleitung zum Töten. Also sie sind der Meinung, dass die Tora, dass die Bibel über die Staatsgesetze steht und da haben wir schon ein großes Problem. Dahinter steckt dann ja doch eine unterschiedliche Auffassung, was das Verhältnis von Staat und Religion angeht, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist die Frage, wer schreibt was, wem was vor. Und die zweite Frage ist, inwieweit kann man solche allgemeine Debatten führen, die nicht ganz allgemein sind. Also ich habe mit einem der Kläger gerade gesprochen, wenn man die Fußnoten zu diesem Buch sich genau anschaut, dann findet man unter anderem einen Hinweis auf ein Buch, das den Siedler Baruch Goldstein lobt, der 29 Muslime beim Gebet in der Moschee in Hebron umgebracht hat. Also das heißt, es ist nicht irgendeine theologische Debatte, die aus dem Kontext herausgerissen wird, sondern es geht hier um bestimmte Hinweise und jeder versteht das, der das verstehen will. Versuchen wir nochmal zu verstehen, was die Autoren sagen wollen. Die haben ja da vermutlich unterschiedliche Argumentationslinien. Welche theologischen Gründe führen sie denn ins Feld? Also sie meinen, dass wir uns in kriegerischen Zeiten befinden und in diesen kriegerischen Zeiten muss man sozusagen alles tun, um Juden zu retten und das bedeutet, man kann unter anderem Nichtjuden töten, auch Kinder, Frauen, Säuglinge, die vielleicht später als Erwachsene den Juden schaden könnten. Und auch Juden sind sozusagen vogelfrei. Die jüdische Regierung darf sogar die eigenen jüdischen Bürger töten, wenn sie im Krieg Fahnenflucht begehen. Und diese kleine Gruppe von Rabbinern und Schülern, ist das sozusagen nur eine Randerscheinung oder kann die auch gefährlich werden für Israel? Das ist sowohl eine Randerscheinung als auch eine große Gefahr. Der Mörder von Yitzhak Rabin war auch ein Einzeltäter. Und die wenigen radikalen Siedler, die fast tagtäglich Palästinenser angreifen, sind sicherlich einige hundert. Die Frage ist, wie geht man mit diesen Menschen vor? Und das sind immer die wenigen Radikalen, die dann eine immer größere Sympathie genießen, weil sie nicht belangt werden. Man hat fast eine Situation geschaffen, dass Rabbiner im Grunde genommen alles sagen dürfen. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Situation. Nach der Veröffentlichung dieses Buches im Jahr 2009 gab es strafrechtliche Untersuchungen gegen die beiden Autoren. Wegen Anstiftung zum Rassismus und Gewalt kürzlich wurden die Untersuchungen eingestellt. Was ist da passiert? Das Buch erschien im September 2009. Und nach sechs Monaten, als nichts passierte, gab es diese Klage eine einstweilige Verfügung. Erst im Januar 2010 wies das oberste Gericht diese Klage ab, damit der Rechtsberater der Regierung die Angelegenheit in angemessener Eile überprüft. Und Sie sehen, das hat über zwei Jahre, ich habe zwischendurch nochmal nachgefragt, und Sie haben gesagt, das ist sehr eilig. Und Sie haben über zwei Jahre geprüft und geprüft und schließlich haben Sie entschieden, das Ziel dieses Buches sei nicht, Rassenhass zu verbreiten. Und deswegen auch alles, was drinsteht, wenn auch vollkommen empörend, soll sozusagen in dem Schulsystem oder wie auch immer in der Öffentlichkeit debattiert werden, aber nicht vor Gericht. Und der aktuelle Stand der Dinge, werden die Kläger noch einmal aktiv? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt schon mehrere solche Äußerungen. Zum Beispiel das liberale Zentrum liberalen Juden in Jerusalem haben gesagt, sie werden auf jeden Fall nochmal klagen vor Gericht, wenn notwendig ist. Und auch andere, der Professor Asakascher, der sozusagen die Moralgesetze des Militärs geschrieben hat, hat gesagt, auf jeden Fall müssen diese Rabbiner vor Gericht gestellt werden. Und wir müssen nicht zu dieser Situation kommen, die vor der Ermordung von Rabbin war, wo ein Todesurteil gegen Rabbin verhängt wurde von irgendwelchen anonymen Rabbinern. Und schließlich hat irgendjemand das so angelegt, dass er tatsächlich das auch ausgeführt hat. Also es ist immer ein Balanceakt zwischen Meinungsfreiheit und einer Anstiftung zum Rassismus und zur Gewalt. Ja, ja, aber das ist doch normal in jeder Demokratie. Und vielleicht noch ein merkwürdiges Beispiel. Großbritannien hat im August 2011 einem der beiden Autoren, Rabbiner Josef Elitzur, einen Brief geschickt und haben geschrieben, er darf das Königreich drei Jahre lang nicht betreten, weil er mit seinen Meinungen Terror verbreitet und zum Rassenhast anstiftet. Nun, der Rabbiner hatte gar keine Absicht, Großbritannien zu besuchen. Aber Sie sehen, wie eine westliche Demokratie reagiert, auch wenn das nicht direkt Großbritannien betrifft, und wie lahm und zögerlich die israelische Demokratie reagiert. Wie kommt das? Also das liegt auch an diesem enge, unklaren Verhältnis zwischen Staat und Religion in Israel. Israel ist ein jüdischer Staat und wenn man das so sagt, dann offiziell haben die Rabbiner die Auslegung, wer ist Jude und was ist jüdisch. Das heißt, man kann sagen, die Trennung von Staat und Religion ist in Israel noch nicht so ganz vollzogen. Nein, es ist noch ein langer Weg und dieses Buch ist sicherlich ein wichtiger Meilenstein in dieser Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die glauben, dass der Staat die Demokratie das Wort hat und den anderen, die glauben, dass die Rabbiner und die Bibel sozusagen die wichtiger sind als die Gesetze des israelischen Staates.